haudi partners auf geht's in ein vielleicht neues projekt schauen wir es ein wenig an das projekt ranch simulator und ich bin sehr gespannt was da geht wildes ding gucken wir rein also legen wir los das ist das neue game range simulator was jetzt am vierten märz auf den markt kommt wird so um die 20 euro kosten und ist dann gesagt ab dem vierten märz zu erhalten ich habe schon ganz kurz so ein bisschen rein geguckt was man so machen kann und was man so machen muss es geht von der viehzucht bis zum jagen bis zum multiplayer häuser bauen und was nicht alles man kann wirklich sehr sehr viel machen und wie das jetzt genau im detail aussieht schauen wir uns einfach mal an also rein hier in die charakter erstellung auch die super aufwendig sehr schön detailliert man kann hier ganz unterschiedliche charaktere sich erstellen eine vielzahl von charakteren natürlich auch bei den damen also so sieht das aus und ja man kann alles schön im detail natürlich noch verändern ich würde sagen wir nehmen uns hier den otto einfach mal ändern die haare geben dem erstmal vernünftigen bart ins gesicht passt doch schon oder jawohl dann kriegt er noch ein paar klamotten an die auch so einigermaßen passen hemd shirt t shirt kaputzen pulli anzug klar wir sind da eher so ein bisschen robuster unterwegs jacke an immer mal die hier kargehose dazu passenderweise und paar olle stiefel brauchen wir auch noch ab dafür speichern und dann gehen wir rein in das game und da sind wir auch schon am frühen morgen hier irgendwo im nirgendwo eine landstraße im nichts und wenn man hier mal so schaut ja das scheint die map zu sein drücken wir mal im genau da haben wir es da ist die map baumarkt laden tankstelle autohaus das sind alles so points wo wir noch hin müssen das tutorial machen wir mal weg und dann joggen wir mal es fühlt sich es fühlt sich vernünftig an er läuft so ein bisschen hier wiggledy diggledy sehr smooth sehr er läuft die ganze bild rum das ist ganz geil gucken wir mal was die story beziehungsweise das tutorial so von uns will hier steht ja wir haben das ding geerbt die range und soll das ganze hier mal schön zum erfolg bringen jawohl und jetzt geht es los dass wir hier schön erst mal tutorial mäßig all dem hier folgen halten zum speichern schlafen wollen wir jetzt aber hier nicht also aufstehen dann haben wir das erledigt fortfahren alter alter es ist aber auch eine bruchbude sondergleichen eine bruchbude sondergleichen und das dingen dankeschön für das achievement du hast das radio eingeschaltet was haben wir da oben müssen wir jetzt hin ja das dingen das müssen wir halt hier wieder auf vordermann bringen zum abreißen drücke abreißen krawams krawams und man sieht es erinnert schon hart an an haus flipper richtig abgefahren also zack zack es hat wirklich haus flipper komponenten ich bin gespannt wie sich das dann noch gleich ändert und was da noch dazu kommt alter kommen dahinten aufpassen aufpassen kommen dahin schleichen sehr gut jawohl jetzt wird es natürlich wild bisschen kohle 500 dollar 24 kugeln und ballermann wilde tiere geld und money alles klar du brauchst ein auto alles klar dann ab dafür schnappen wir uns ein ein auto ja um das auto irgendwie zusammenzukriegen sehen wir schon hier auf der map jede menge points ich sammle die mal alle ein und dann bauen wir die karre gleich mal zusammen so dann haben wir doch hier alles fangen wir mal an hier mit den sitzen eh zum installieren beziehungsweise packen erstmal ein paar reifen drauf zack 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 zipp 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 hoppala so haben wir noch einen sitz hier oh da ist noch ein reifen sehr gut und die stoßsteine kommen auch noch da dran haben wir alles nö der tank fehlt noch guck mal hier haha mega und dann haben wir schon die karre fertig hier und das ist hier auch sehr sehr geil diese art und weise wie man sachen jetzt einlädt oder positioniert das heißt jetzt mit der rechten maustaste und auch ja noch drehbar kann man jetzt erstmal gucken wo will man es hinstellen und dann sagt man so hier jetzt wo in die ecke alles klar links klick und dann steht das da auch das ist richtig gut das fühlt sich zumindest irgendwie sinnig an und dann lübtert auch also karre starten und dann brettern wir erstmal zur tankstelle juhu juhu alles klar auf zur tankstelle sooo und dann sind wir schon schön querfeld eingebreddert Juhuhu Easy Mal bitte volltanken So Eine Runde tanken Ballern den Nöpsi hier rein Und Gib ihm Guck mal das ist auch so geil Man hat wirklich hier im Detail die Anzeige Zack jawohl Wo wir doch schon mal dabei sind Können wir doch bestimmt auch direkt die Karre volltanken Jawohl Zack Mach mal voll Alden Ist voll Komm da geht auch noch was Mal ein bisschen schütteln Da passt mal was rein Okay Haben wir Aufheben Position Ach guck mal ich könnte hier jetzt direkt wieder nachtanken Das ist geil Position hinten drauf Und Ab dafür So Das haben wir doch erledigt Was haben wir jetzt Aufgabe Sprich mit dem Autoverkäufer Also scheint erstmal hier das ganze Große und Ganze hier ein bisschen Tutorial mäßig loszugehen Ist ja auch klar Man muss das ganze erstmal kennenlernen Also sehen wir uns jetzt Beim Autohändler Juhu Eiei Liegt's Blech Alter Wenn man mal nicht so richtig nach vorne guckt So Ah da sind wir schon Da sind wir ja schon So, professionell eingeparkt. Oh, hoppala. Mahlzeitmeister. Was hat er denn? Was will er denn? Willkommen, hier kannst du Autos kaufen und anpassen und so weiter. Und auf Wiedersehen. Gut, aber hier sehen wir dann die möglichen Karren. Und was wir hier eben dann auch reinladen könnten. Die Kapazität. Das ist natürlich sehr praktisch. Guck mal hier, ey. Vier Schweine oder vier Kühe. Großvieh und Kleinvieh. Gleich viel passt da rein. Geländewagen. Tja, von den Preisen her bin ich da ein bisschen überrascht. Also die Preise, ich hatte das ja schon ein bisschen angezockt. Die sind da sehr wild, muss ich sagen. Wir sehen das gleich. So, fahren wir mal weiter. Zur Werkstatt. Wir sehen das gleich beim Hausbau sozusagen. Da sind die Preise ja ganz, ganz, ganz wild. Also, wir brauchen ein extra Radio. Kostet zehn. Dann können wir uns hier das Ganze auch noch ein bisschen lackieren. Kostet natürlich nochmal extra. Aber das extra, dann gönnen wir uns alle. Schön quietsche. Orangenen. Feierabend-Orangenen. Und upgraden. Ta-da-da. Aber jetzt. Und verlassen. Jawohl. So, das haben wir erled... Alter. Das haben wir erledigt? Ich hoffe nicht, dass es sowas gibt wie Reparatur und so Sachen. Ähm. Nächste Aufgabe. Sprich mit dem Verkäufer. Auf geht's. Und da sind wir auch schon. Jawohl. Komm rein hier. Bäm. Jawohl, ey. Gehen wir mal rein und eine Runde shoppen. Schönen guten Tag. Übrigens der absolut wildeste Shop ever. Gespräch beenden. Dankeschön für die Information. Kaufe dir ein... Eine Axt. Warte mal, was soll ich kaufen? Axt, Brechstange, Hammer, Eierkorb, zwei Hühner. Alles klar. Ich brauch zweimal Huhn. Ich nehm mal die gelben. Zack, zack. Brechstange, Axt. Hammer. Hühnerkorb. Und ab dafür. Kaufen. Ne. Warenkorb. Zur Kasse gehen. Dankeschön. Geilster... Geilster... Äh... Shop ever. Den müssen wir aufheben. Dann haben wir es schon. Auf Wiedersehen. So. Machen wir hier das gleiche Ding. Aber hier schön... Platzieren. Zack. Und dann müssen wir hier noch irgendwo... Ah, da... Hier rennen sie schon rum, ey. Die Hühner. Pop, 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 pop. Wollen wir mal schön hier... Die Hühner draufschmeißen. Oh, ne, warte mal. So. Das andere auch noch. Kommst du mit hier? Am Schlawickel gepackt. Pop, pop, pop. Ja, ist ja gut. Zack. Klappe zu. So. Und vertracht euch da hinten. Alles klar. Ab zur Ranch. Wieder zurück hier. Äh, 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 äh. Ne, 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 ne. Ach du Scheiße. Bleib mal hier. Bleib mal hier, Alter. Boah, ho, ho. Da holen wir die Hühners ab hier, ey. Äh. So. Perfekt. So, die backen so ein bisschen rum. Nein, 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 nein. Es wickelt, oh mein Gott, es wickelt sich um den Reifen. Nein, 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 nein. Nein, 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 bleib hier. Nein, nein, nein. Alle, jetzt sind sie beide raus. Warte mal, das ist doch, das kann doch nicht. Ach, guck mal, ach, guck mal hier. Ach, guck mal, ich kann die so platzieren. Warte mal, warte mal. Kann ich die jetzt auch so platzieren? Kann ich die in den Korb reinstopfen? Nee. Guck mal, ich kann die platzieren. So. Sind die jetzt fest? Gucken wir mal. Ja, jetzt sind sie fest. Mega, ab zur Range. Und da sind wir auch schon an der Range. Da haben wir es doch geschafft. Perfekt. Getreide finden und schütte das Futter an eine Stelle. Ich weiß nicht, was das soll, mit dem Futter an eine Stelle schütten. Ob das Futter einen Radius irgendwie hat. Das müssen wir mal irgendwie erforschen. aber das wird sich irgendwann nochmal alles ergeben. Ich soll das hier machen, von daher mache ich das. Zack, das ganze Futter hingeschüttet. Jetzt muss hier noch Wasser hin und dann baut man noch ein Gehege für die Hühner. Das machen wir jetzt mal eben. So, weil das hier gerade so hart am Misten ist, machen wir mal eben kurz hier einen Break. Kurz ab ins Bett. Speichern, schlafen. Es regnet immer noch. Affengeil. Es geht weiter. Jetzt können wir schön bei Tageslicht hier mit dem geilen Rasenmäher rumbrennern, Alter. Ab geht es. Licht hat er sogar auch. Perfekt. Motor starten. Ab geht's hier. Juhu. Jawollski. Alter, richtig rasant das Gerät. Richtig rasant das Gerät, Alter. Wie so ein Affe auf dem Schleifstein sitzt er hier drauf, ey. Er ist auf jeden Fall der richtige Typ Hausmeister. Ich sehe das so, ey. So, wollen wir mal schön hier Ordnung machen, ne? Vorsicht, rückwärtsgang rein. Ich habe zwei Gänge. So, wunderschön. Wunderschön gemäht. Ich hoffe, ich muss niemals mähen. Alter. Okay, jetzt heißt es Stall bauen. Und da haben wir jetzt hier ja, ganz viel Auswahlbereiche beziehungsweise Baubereiche, wo man irgendwie was erstellen kann. Halt die E gedrückt, um zu bauen. Und vorher scrollt man quasi rum und kann sich dann das Gehäge raussuchen hier. Das ist jetzt ein Gehäge für drei Hühner. Das wäre jetzt das Große für acht Hennen maximal. Wie hier acht Hennen reinpassen, keine Ahnung. Aber hier sollen dann drei reinpassen. Und ich glaube, aufgrund des Preises bauen wir erstmal das. Also mit E Eimer bauen. Kratching erledigt. Und damit können wir dann jetzt hier die Hühner schnappen und die da drin platzieren. So, gehen wir mal in die Hocke. Das eine schmeißen wir nach da hinten so rein. Ja, und jetzt ist für mich einfach die große Frage, muss man da ähm muss man ne 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 Nö, du auch nicht. Bleibst du hier drin? Die wollen da nicht rein. Ist ja auch kein Wunder. Ist ja auch schon ein bisschen räudig hier. Nein! Klappe zu! Nein! Da! Okay, 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 okay. Klappe zu! Klappe zu! Das ist doch nicht! Okay, da ist eines drin. Ha! Hat ein Graffel. Ja, die große Frage ist, wenn ich das jetzt hier also das würde halt weggehen. Wenn ich das jetzt hier entferne, dann ist es weg. und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass die Hühner und vielleicht reicht es ja, wenn es in der Nähe ist, vielleicht reicht das ja als Futterstelle. Ich meine, man sollte das hier hinstellen. Also haben wir das gemacht. Die ersten Schritte sind getan. Wir sind jetzt schon halbe Farmer, würde ich sagen. Die Ranch. Ja, das ist der nächste Schritt. Wir müssen die Ranch abreißen. und zwar das gesamte Dingel komplett auseinanderbauen. Uff! Und das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also wieder einschalten. Wenn dir das Ganze bisher schon gefallen hat, Daumen da lassen. Natürlich den Kanal abonnieren. Und dann schauen wir beim nächsten Mal natürlich rein, wie das hier weitergeht. Mit den Hühners und mit der Ranch. Howdy! Bis zum nächsten Mal.